Ein Exzenterschleifer ist ein elektrisches Werkzeug, das in der Holzbearbeitung und Metallbearbeitung verwendet wird. Er hat eine runde Schleifplatte, die sich exzentrisch bewegt, was bedeutet, dass sie sich nicht nur in einer kreisförmigen Bewegung dreht, sondern auch eine zusätzliche oszillierende Bewegung ausführt. Dies ermöglicht eine gleichmäßige und feine Oberflächenbearbeitung von Materialien. Exzenterschleifer sind wichtig, weil sie effizientes Schleifen, Polieren und Entfernen von Material ermöglichen, wodurch glatte und präzise Oberflächen geschaffen werden können. Sie sind in vielen Handwerks- und Industriebereichen unverzichtbar und erleichtern die Herstellung hochwertiger Produkte. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Exzenterschleifer. Lassen Sie uns beginnen! Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Einhell TCRS 425E. Der leistungsstarke Exzenterschleifer TCRS 425E mit einer Leistung von 425 Watt bietet Schwingzahlen zwischen 12.000 und 6.000 Umdrehungen pro Minute. Der Schleifteller hat einen Durchmesser von 125 mm und verfügt über eine Kletthaftung, die einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers ermöglicht. Dieser Exzenterschleifer hat einen Schwingkreis von 2,5 mm und eignet sich besonders gut für die Bearbeitung von Holz, Holzwerkstoffen und lackierten Oberflächen. Mit seiner Drehzahl Elektronik kann er materialgerecht und für jede Anwendung optimal angepasst werden. Für eine saubere Arbeitsumgebung und klare Sicht sorgen die Staubabsaugung und der Staubfangsack, in dem der entstehende Schleifstaub gesammelt wird. Dank des Softgrips und des Zusatzhandgriffs liegt der Schleifer sicher in der Hand und das 2 m lange Netzkabel bietet einen großen Aktionsradius. Um sofort starten zu können, wird der Exzenterschleifer bereits mit Schleifpapier in den Körnungen P60, P80 und P120 geliefert. Hier ist der Punkt Nummer 4, Huchika Exzenterschleifer. Der Huchika Handlicher Schleifer verfügt über einen leistungsstarken 300 Watt Motor und bietet 6 verschiedene Griffmöglichkeiten. Der Hochleistungsmotor und der große Schwingkreis sorgen für eine hohe Abtragleistung. Dieser Schwingschleifer wird mit einem Set von 12 Schleifpapieren geliefert, die einen Durchmesser von 125 mm haben, 4 Stück mit 80er Körnung, 4 Stück mit 120er Körnung und 4 Stück mit 240er Körnung. Mit diesem Schleifpapierset für Ihren Exzenterschleifer oder Tellerschleifer können Sie mühelos Farbe oder Lack von Holz entfernen oder es glatt polieren. Die unterschiedlichen Körnungen von grob bis fein machen dies möglich. Der Huchika Schleifmaschine verfügt über eine Staubabsaugung über die Staubsammelbuch, die für eine saubere Arbeitsfläche sorgt. Der elektronische Sanftanlauf und die Drehzahlkonstanthaltung gewährleisten eine materialgerechte Anpassung der Schleifbewegungen. Die Einhandbedienung ist einfach und die robusten Kubellager sorgen für eine lange Lebensdauer. Dank der Drehzahlvorwahl und des leistungsstarken Motors liefert der Exzenterschleifer stets eine material- und anwendungsgerechte sowie ausdauernde Leistung. Der Punkt Nummer 3, Einhell TCRS 38e Das Gerät ist ideal für grobe, großflächige Schleifarbeiten wie das Entfernen von Farbe und Lack geeignet. Dank der einstellbaren Schwingzahl und der innovativen Staubauffanglösung erzielen Sie beste Ergebnisse. Es eignet sich auch hervorragend für den Feinschliff von Ecken, Kanten, schwer zugänglichen Stellen und kleineren Oberflächen, da es Schleifblätter einfach per Kletthaftung befestigen kann. Dieses Gerät ermöglicht die Bearbeitung verwinkelter und schwer zugänglicher Stellen und die regelbare Drehzahl ermöglicht eine präzise Anpassung der Leistung an die jeweilige Aufgabe. Es zeichnet sich durch hohe Abtragleistung auf großen Flächen aus und bietet mit Schwingzahlregelung, Softgrip und einem zweiten Griff zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Darüber hinaus eignet sich dieses Gerät hervorragend für das Abschleifen von großflächigem Beton, Mauerwerk und Trockenbauwänden. Im Lieferumfang sind Schleifteller enthalten, die den Anwendungsbereich erweitern und ein dreieckiger Wechselschleifkopf ist für die Arbeit an Kanten ebenfalls inbegriffen. Nummer 2 in unserer Liste – Bewald Exzenter Schleifer Die leistungsstarke Schleifmaschine zeichnet sich durch äußerst geringe Vibrationen aus und verfügt über eine beeindruckende Staubabsaubung. Sie ist zudem kompatibel mit dem Airlock-System und eignet sich ideal für umfangreiche Schleifarbeiten. Der elektronische Sanftanlauf und die konstante Drehzahlregelung gewährleisten eine präzise Anpassung der Schleifbewegungen an das jeweilige Material. Das Schleifgerät überzeugt zudem durch seine effiziente Staubabsaugung und den Staubfangbehälter, was ein sauberes Schleifen ohne Staub ermöglicht. Dank des ergonomischen Designs und der großflächigen Gummi-Errungen ist eine ermüdungsarme Arbeitsweise möglich. Zudem kann das Schleifpapier mühelos mittels des Klettfix-Systems ausgetauscht werden. Die Nummer 1 in unserer Liste, Bosch PEX 220A Der Bosch PEX 220A ist ein leistungsstarker Exzenterschleifer, der sich durch seine hohe Abtragsleistung auszeichnet. Trotzdem ist er von Bosch so handlich gestaltet, dass er auch für anspruchsvolle Schleif- und Poliararbeiten verwendet werden kann, beispielsweise an schwer zugänglichen Stellen oder auf gewölbten Flächen. Der PEX 220A liefert feinste Schleifergebnisse bei hoher Leistung und erzielt erstklassige Ergebnisse, selbst beim Polieren. Darüber hinaus verfügt der PEX 220A über das von Bosch entwickelte Mikrofilter-System. Das eingebaute Staubabsaugungssystem nimmt den Staub direkt am Werkstück auf und leitet ihn in die mitgelieferte Mikrofilterbox weiter. Ein großer Vorteil ist, dass Schleifarbeiten auch in möblierten Räumen durchgeführt werden können. Der Exzenterschleifer Bosch PEX 220A ist mit einem kraftvollen 220 Watt-Motor ausgestattet. Mit Abmessungen von 347 x 70 x 220 mm und einem Gewicht von 1,4 kg ist das Schleifgerät kompakt und leicht zu handhaben. Ein ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip-Beschichtung trägt dazu bei. Der Wechsel des Schleifplatz erfolgt dank eines Klettverschlusses schnell und einfach. Das Bosch-System ist mit einem Schleifteller von 125 mm Durchmesser ausgestattet, was sicherstellt, dass der Benutzer auch große Flächen und harte Materialien effizient bearbeiten kann. Die Schwingzahl des PEX 220A beträgt bis zu 24.000 Min 1 und die Exzentrizität beträgt 1,25 mm. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Exzenterschleifer unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.